Fortwendig, mein Bruder. Oh mein Gott, Alter. Österreich ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Regiert in Österreich der Sozialismus? Was ist los? Okay. Wahlkabine AT. Ich sehe das hier schon vor mir. Und ich denke, wir können da jetzt einfach mal reingehen und schauen, ob wir uns hier einigen Fragen stellen können. Mein Gott, ist das sowieso interface-hässlich. Aber okay, man kann nicht alles haben. Das ist Österreich. Eine von 25 Fragen zur Nationalwahl, Nationalversammlungswahl, Nationalwahl Österreich. Die dann so ein bisschen auf die Ausrichtung der wählenden Person zurückführt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, Österreich hat ein gigantisches Vier-Frickel-Problem. Wie heißt der? Wie heißt der Kek hier? Der Typ, der gesagt hat, oh Gott, den Böhm-Mann hat mich ein Nazi genannt und der wollte die Kickel. Kickel, genau. Also der Nationalsozialist. Wir schauen uns also mal an, wo wir da rauskommen und ob ich mit meinem... Also ich weiß wirklich nicht so viel über Österreich, ob ich da mit meinem Wissen so ein bisschen zurechtkommen werde. Okay, schauen wir mal. Erste Frage. Sollen die Lohnnebenkosten für Unternehmen gesenkt werden? Ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie die Sachen, die in Deutschland und grundsätzlich passieren. Das heißt, Unternehmen müssen Teile der Krankenversicherung, Rentenversicherung mittragen. Und das sind so ein bisschen Lohnnebenkosten, die halt aufgeteilt werden zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum die gesenkt werden sollten für Unternehmen. Ähm, klingt jetzt nicht so geil. For real. Ah. Oh Gott, das wird sogar erklärt. Let's go! Maschallah! Da kann sich der Wahl-O-Mann aber auch ein bisschen was von abschneiden. Die Lohnnebenkosten werden zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen gesplittet. Auf Seite der Arbeitgeberinnen, zum Beispiel Unternehmen, besteht sie aus Beträgen zur Versicherung. Ja, so wie wir gesagt haben. Also sollen die Lohnnebenkosten für Unternehmen gesenkt werden? Nein. Wie wichtig ist mir das? Machen wir mal mit. Soll es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag geben? Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ist ja immer eine gute Sache. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig in einer Gesellschaft, die möchte, dass Frauen arbeiten. Und die möchte, dass so ein bisschen Partnerschaft auch beruflich möglich ist. Also, ja, klingt gut. Ich würde das jetzt auch mittig einordnen. Soll Palästina, soll Österreich Palästina als Staat anerkennen? Klar. Das ist aktuell im Zeitgeist wichtig. Hat Österreich dann einen Hammer im Werkzeugkasten drin? Also, ja, aber ich mache mal auf fünf. Das ist mir alles nicht so wichtig, aber es ist nicht unwichtig. Ich lasse es mal neutral. Ich denke, das sind alles wichtige Sachen. Sollen Erbschaften über 1,5 Millionen Euro steuerfrei bleiben? Nein. Machen wir genauso. Wobei, das ist mir relativ wichtig. Das weiß ich, dass es mir relativ wichtig ist. Ich mache jetzt hier keine Priorität. Wir gucken mal, wo wir am Ende rauskommen. Soll die Besteuerung der CO2-Emissionen erhöht werden? Ja, klicken wir mal drauf. Um gegen den zu hohen Ausstieg an Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid, vorzugehen, wird seit Oktober 2022 in Österreich ein CO2-Preis für den Ausschuss und Kohlendioxiden erhoben. Diese CO2-Preise beträgt 32,50 Euro pro Tonne CO2 und soll damit fossile Brennstoffe verteuern und weniger attraktiv machen. Die CO2-Preisung soll bewirken, dass Unternehmen zusätzlich zur Mineralölsteuer auch die Abgase, die durch das Verbrennen ihrer Kraftstoffe entstehen, zahlen müssen. Also soll die Besteuerung der CO2-Emissionen erhöht werden? Die Antwort ist ja. Soll das gesetzliche Pension-Eintrittsalter erhöht werden? Also das Renteneintrittsalter. Dieses gesetzliche Pension-Eintrittsalter für Männer liegt bei 65 Jahren. Frauen können nach Geburtsjahr zwischen 60 und 65 Jahren in Pension gehen. Seit Januar 2024 wird das gesetzliche Pension-Eintrittsalter von Frauen schrittweise auf 65 Jahre angehoben. Hier steht halt nicht, worauf es angehoben werden soll, aber die unweigerliche Konsequenz ist, dass es angehoben wird. Ob es angehoben werden soll? Nein. Wird es angehoben? Ja. Ihr kennt meine Position zur Rente. Ich denke, die gesetzliche Rente ist dem Tode geweiht. Die gesetzliche Rente auf sich die gesetzliche Rente zu verlassen, damit ist man verlassen. Das Problem ist, es gibt zu wenig Alternativen, weil die Leute logischerweise, die von der Hand in den Mund leben, nicht irgendwas anderes machen können. Es ist also wichtig, die gesetzliche Rente zu haben. Sie ist aber in der Form, in der sie aktuell existiert. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie auch in Österreich ähnlich existieren wird. Ziemlich wack. Ich sage aber trotzdem mal, dass das gesetzliche Pensions-Eintrittsalter nicht erhöht werden soll. Und dass ich grundsätzlich nicht will, dass die Leute noch länger arbeiten, um dann irgendwie keine Abzüge auf ihre Rente zu haben. Das ist ja das, was ich möchte. Soll das Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerin beschränkt werden? Oh, okay, interessant. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Bei der Nationalratswahl sind nur österreichische Staatsbürgerin wahlberechtigt. Bei der Nationalratswahl 2024 sind 19 Prozent der österreichischen Bevölkerung im Wahlalter nicht wahlberechtigt. Viele davon mangelt Staatsbürgerschaft. Dem Migrant-Interest Policy zufolge ist es in Österreich besonders schwer, eine Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht zu bekommen, weil die Voraussetzungen dafür besonders streng sind. Ah, also jetzt ist natürlich spannend. Mit welchem Aufenthaltstitel kann man denn in Deutschland wählen? Das ist, glaube ich, in Deutschland genauso, oder? Man muss Staatsbürger sein, oder? Das Wahlrecht mit dem Volk in die Zukunft kommt dann, hm, hm. Also das Problem ist, soll das Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerin beschränkt bleiben? Die Antwort darauf ist ja. Die Antwort auf die Frage, wie die Staatsbürgerschaft ausgegeben wird, muss halt erleichtert werden. Das Problem ist, wenn du das nicht machst, auf welche Aufenthaltstitel lässt du das denn zurückführen? Das ist, hm, das ist interessant. Das ist auch in Deutschland tatsächlich sehr scheiße. In Deutschland ist es so, das Grundgesetz schließt damit die Teilnahme von Ausländerinnen und Ausländern an Wahlen sowohl auf staatlicher als auch auf kommunaler Ebene grundsätzlich aus. Ja, das same ist sweet, hm. Kann ich auch nichts machen. Es sollte eine Ausnahme für EU-Bürger geben vielleicht? I don't know. Aber ich glaube, die gibt es doch. Oh, das wird jetzt sehr technisch. Gehen wir mal davon aus, die gibt es nicht. Soll das Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerin beschränkt bleiben? Also auf irgendwas muss es sein. Wenn ich auf die Staatsbürgerschaft dann auf den Wohnsitz überjahre? Das Problem, was ich hier habe, ist, dass es keine Alternative gibt, weil die Staatsbürgerschaft ist ja dann halt einfach lame. Ich gehe mal von einem utopischen Szenario aus gerade. Wir müssen, ich bin, ich habe ja eh noch ein bisschen andere Sachen. Nur weil ich das jetzt hier mache, heißt das nicht, dass es so und so aussieht. Ich würde mir wünschen, dass das Wahlrecht daran gekoppelt ist, wie lange du schon deinen Wohnsitz im jeweiligen Land hast und dass es absehbar ist, dass du nach fünf Jahren oder sowas halt, du kannst nicht irgendein Tourist sein und da mal kurz leben und dann kannst du da wählen. Nein, das muss halt irgendwie an den Wohnsitz gekoppelt sein. Es muss an einen festen Wohnsitz sein, den du im jeweiligen Land hast. Und dann spielt die Staatsbürgerschaft mehr oder weniger keine Rolle. Und ich glaube, das ist ein cooler Weg. Wie genau der aussehen soll, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wohnsitz und Länge klingt für mich gut. Deswegen soll das Wahlrecht auf Bundesebene auf österreichische Staatsbürgerin beschränkt bleiben? Ne, so, das ist jetzt mein Take gewesen. Soll Österreich den Pandemievertrag der WHO unterschreiben? Der was, von wem? Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie soll die globale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich neu organisiert und einem internationalen Abkommen festgelegt werden. Inhaltlich geht es dabei um Frühwarnsysteme, die Verteilung von Tests, Impfstoffen und Medikamente, aber auch Teilen von Wissen. Aktuell gibt es keine internationale Einigung über das Vertragstext und Zeitrahmen für den Beschluss. Ja, also da kannst Österreich jetzt hier auch austauschen, kannst Deutschland, Schweiz und was auch immer reinschreiben. Das klingt einfach nach einer guten Idee. Okay, soll die gemeinsame Schule für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren eingeführt werden? Inklusion, okay, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Es gibt keine gemeinsame Schule für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren in Österreich? Gehen die Leute, gehen Kinder in Österreich zur Schule? Normal nicht. Ich bin zu unbewandert, was das Bildungssystem in Österreich angeht. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn Leute Menschen wie Kickl wählen, aber ich mache mal keine Angaben gerade. Soll auf Österreichs Autobahn Tempo 100 eingeführt werden? Ah, die haben 130, ha? Die wollen noch weniger? Nee, ich finde 130 ist fein. Reisegeschwindigkeit, 130 Stundenkilometer ist enough. Soll der Konsum und Besitz von Cannabis legalisiert werden? 420, mein Bruder. Soll die ORF Haushaltsabgabe abgeschäft werden? Oh. Die haben also auch solche Leute? Das ist die, ah, die haben auch solche Leute. Aha. Der Staatsfunk. Soll die abgeschafft werden? Nein, ich denke, das ist auch für Österreich relevant. Soll Verhütung für alle unter 25 Jahren kostenlos werden? Es gibt Parteien, die fordern sowas? Let's go. Soll die wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 30 Stunden gekürzt werden? Oh mein Gott, Alter. What? Was ist denn? Was ist denn das? Regiert in Österreich der Sozialismus? Was ist los? Hä? Soll die wöchentliche Arbeitszeit vom Lohnausgleich auf 30 Stunden gekürzt werden? Das klingt ja vollkommen geil. Let's go. Also, es wäre eine schöne, also ich sage einfach mal, ja, es klingt gut. Soll die Änderung von Vornamen und Geschlechtseintragen erleichtert werden? Ja. Sollen bindende Mietobergrenzen auch für Neubauten gelten? Ah, die Mietpreisbremse. Oh ja, es wäre, oh Gott, Chad, es wäre so toll, ne? Als Neubaut gelten Gebäude, die nach 1945 beziehungsweise 1953 erbaut wurden? Warte, was? Als Neubaut gelten Gebäude, die nach 1945 beziehungsweise 1953 erbaut wurden? Die Antwort ist dann ja. Sollen Lehrlinge ab dem ersten Lehrjahr mindestens 1000 Euro verdienen? Oh mein Gott. Österreich ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Oder zumindest fließen kann? Ja. Soll es eine verpflichtende österreichische Volksbefragung geben, wenn ein Volksbegehren von 10% der Wahlberechtigten unterschrieben wurde? Oh no. Oh, wait a minute. Ein Gesetzbeschuss im Nationalen kann sich die Politik an die Bevölkerung wenden, um die Meinungen zu bestimmten Themen abzufragen. Teilnehmerrechtlich sind alle Staatsbürger und Bundeswehr. Das Ergebnis der Befragung ist für den Gesetzgeberrechtlich nicht bindend. Ey, let's go. Ja, das ist ja. So wie es konstruiert ist, kann es keinen Schaden ausüben. Also ist die Antwort ja. Wenn ich es nicht erklärt bekommen hätte, würde ich es ein Nein sagen, aber so ist es ein Ja. Soll es ein Gehalt für die Pflege und Betreuung von Kindern und Angehörigen geben? Menschen, die die Angehörigen gegenüber höher betreuen, können sich im Bund und Ungländen eine Stadtstätigkeit anstellen lassen, da halt ein monatliches Gehalt. Äh, ja. Klar. Klingt gut. Soll es ein Verbot von Militärtransporten von anderen Staaten durch Österreich geben? Mhm. Ne, das klingt nicht so gut. Soll es ein Verbot von Militärtransporten? Weil ihr neutral seid oder was, ihr kleinen österreichischen Lappen? Soll es dem Staat möglich sein, verschlüsselte Online-Kommunikationen zu überwachen? Nein, auf keinen Fall. Sollen Annäherungsverbote mithilfe einer elektronischen Fußfessel überwacht werden? Annäherungsverbot kann von den Polizeiausgesprächen werden gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit, zum Beispiel häuslicher Gewalt. Die Antwort ist ja. Soll statt der Mindestsicherung ein bedingungsloses Grundeinkommen? Oh mein Gott, das ist wirklich... Let's go! Ja! Oh, ich muss das höher machen. Sollen Asylwerbende nach drei Monaten freien Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten? Oder die sollen sofort vor... Monat... Oh Gott, was ist denn da los? Ja, wie viel ist das jetzt? Asylwerbende Begriffe... Der Prozess kann mehrere Monate bis Jahre dauern. Alter, das ist in Österreich genauso scheiße? Also ich sage ja, aber im besten Fall noch schneller. Soll eine Kindergrundsicherung eingeführt werden? Okay, zum Ergebnis. Ich habe jetzt... Oh Gott, ich habe jetzt alle Fragen im Blitz beantwortet. Okay, zum Ergebnis. Was ist denn keine? Warte, ich kann keine Partei wählen? Hä? Also keine der Parteien wäre für mich relevant. Die Bierpartei ist relativ hoch. Keine klingt weird. Keine von denen. Also ich habe so viele... Ich bin also wirklich... Keine ist eine Partei. Wie keine ist eine Partei? Nee, das ist eine Partei. Keine von denen. Keine ist eine Partei. Ja, es ist keine von denen Partei. Verstehe ich jetzt nicht. Was wollt ihr mir jetzt sagen? Es ist keine von denen Parteien. Keine ist Linkspartei. Ja, keine von denen ist eine Linkspartei. Wir haben nur die KPAIÖ. Hä? Hier. Keine von denen. Welche Partei vertritt dich? Keine Partei vertritt dich. Keine Partei vertritt uns. Wir denken und fühlen uns genauso wie du und tragen deshalb bei dieser Wahl den Protest im Namen. Weil auch wir keine der Parlamentsparteien mehr wählen wollen. Oh. Das ist feels good, man, Bro. Das ist ja feels good, man, Alter. Ey, ganz ehrlich. Die Webseite sieht aus, als hätte sie jemand in der Berufsschule gemacht bei der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Ich sage es, wie es ist. Also das ist gerade so das Mindeste. Man kann aber daran auch merken, dass es echt ist, wahrscheinlich. Okay, also sind meine Standpunkte für keine der Parteien. Unser Plan. Keine Partei hat einen Plan. Ist das eine Geile... Ey, das ist schon geil, Alter. Das ist schon geil. Grüße gehen raus an Keine Partei in Österreich. Aber es gibt tatsächlich eine Partei, die heißt Keine Partei. Aber die 2000 Euro kriegen sie von mir. Ich dachte, das ist eine geile Idee. Jetzt habe ich kürzlich eine E-Mail bekommen von der politischen Geschäftsführung, der Keine Partei hat. Ich glaubeumes. donated스�ieß. Bis zum nächsten Mal. schau. Tschüss. Vielen Dank.